Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karrieremodus in FIFA 16. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode und heute gibt es das Top-Duell in der Barclays Premier League gegen Manchester United. Momentan sieht es sehr, sehr gut aus für unsere Mannschaft, allerdings haben wir noch so ein bisschen Rückstand auf die Top-Torjäger. Unter anderem ist das Diego Costa, da wollen wir natürlich heute ein bisschen an arbeiten. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch überfreuen. Gerade dieses Top-Duell gegen Man United sollte im Normalfall einen Daumen wert sein. Für euch noch ein kleiner Klick, für mich wirklich eine großartige Unterstützung und eine große Bedeutung. Von daher denke ich mal, ihr wisst Bescheid und werdet das auf jeden Fall tun. Das wäre zumindest sehr angebracht und ich sehe, wenn ihr es nicht tut, dann bin ich böser auf euch. So, wir kommen mal dazu, wie wir unsere Mannschaft ausstellen. Natürlich müssen wir ein bisschen umstellen, wir haben zuletzt mit B11 gespielt. Heute sollte das gegen so einen starken Klub mit so einem hohen Marktwert ein bisschen anders laufen. Wir haben natürlich ein paar Spieler, die auf gleichem Level ungefähr sind, zumindest von den Leistungen her. Michi Batshuayi beispielsweise oder auch ein Oxlade-Chamberlain, ein Kostil als Torwart. Das ist zwar alles nicht ganz quite De Gea oder nicht ganz quite, oder not just quite Rooney oder so, aber zumindest schon mal nicht schlecht und an sich eine gute Möglichkeit. Ob wir das packen, ist natürlich trotzdem die Frage. Unter anderem fehlt immer noch Gini Wijnaldum, der ist immer noch verletzt. Das heißt, den können wir weiterhin nicht benutzen, aber vielleicht kriegen wir ja trotzdem irgendwas hin. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Top-Duell ausgehen wird. Es wäre ein sehr wichtiger Sieg und den wollen wir natürlich im Idealfall einfahren. Wir sehen uns gleich wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Top-Spiel und bis gleich. Newcastle United zu Gast im Old Trafford. Manchester United erwartet als Tabellenzweiter. Die Magpies, absolutes Top-Spiel in der Barclays Premier League. Der Tabellenführer momentan die Magpies gegen den Zweiten aus Manchester, die nach Ewigkeit mal wieder die Chance hatten, Meister zu werden und das natürlich auch wahrnehmen wollten. Das Sir Alex Ferguson, ja, Gedenkstadion, quasi die Gedenktribüne war, ausverkauft und gefüllt vor diesem Spiel. 27 Punkte für Manchester, 28 Punkte für Newcastle, die Tordifferenz andersrum. Da hat Manchester United momentan mit einem Tor die bessere. Es sieht so aus, als ob es eine ganz spannende Partie werden sollte. Und genau das war natürlich das Ziel der beiden Mannschaften, beziehungsweise natürlich war das Ziel zu gewinnen, aber das halt von beiden Mannschaften. Und dementsprechend das Ganze recht ausgeglichen, nicht nur vom Kader her, sondern auch vom Willen die drei Punkte mitzunehmen, beziehungsweise Mold Schäfer zu behalten. Das sollte bei Manchester United durch Romero gewerkstelligt werden, der im Kasten stand. Davor Damian Smalling, Jones und Blind. Auf der Sechst dann Fellaini und Morgan Schneiderlau. Davor dann Juan Marta, Ashley Young, Jesse Lingard und in der Sturmspitze natürlich Wayne Rooney. Überraschung, Überraschung, Neymar, der neue Superstar geholt vom FC Barcelona, saß nur auf der Bank. Er durfte sich das Ganze zunächst von draußen angucken. Mein Newcastle, Kostilium, Kastil davor Hector Bellerin, Yannick Westergaard, Mbemba und Mastio Haidara. Auf der Doppelsechstern, Jonjo, Shelby und Moussa Sisoko. Auf der Zehn heute, Jose Perez, der weiter in den verletzten Genie, Wijnaldum ersetzt. Und davor Oxlade, Cembal in der Sturmspitze Michi Batschoyi. Und auf dem linken Flügel heute Henri Saive, der senegalesische Franzose. Der Neuzugang von Giron D'Orbadeau sollte da in der Offensive ein bisschen wirbeln. Mal sehen, wie hat das gegen die Defensive von Manchester United in den letzten Jahren immer das größte Manko der Männer aus England bzw. aus dem Westen Englands war, bewerkstelligen sollte. Wir dürfen gespannt sein. Wir springen rein in die Partie. Und es ging richtig gut los, richtig munter los. United hatte die ersten Offensivaktionen, aber Newcastle hatte den ersten Konter. Zehn Minuten gespielt. Oxlade Chamberlain mit dem weiten Ball in die Sturmspitze. Da steht Perez und der verlängert einfach mal auf den gerade genannten Henri Saive. Der kommt an den Ball und macht das 1 zu 0. Zehn Minuten durch Newcastle, führte Romero, sieht nicht gut aus und Saive macht seine Bude. Was für ein schöner Angriff, direkt vorgetragen von Newcastle. Nach acht Minuten der erste Konter und nach zehn Minuten stand 1 zu 0. Chamberlain mit der klasse Flanke, Perez legt nochmal weiter und Saive nimmt dann mit einem schwachen linken Fuß Volley. Natürlich kann da Romero rankommen, aber der einfach viel zu platziert und rollt dann ins Tor rein. Dementsprechend die Führung für Newcastle, die Antwort folgte direkt Juan Marta mit dem Versuch Akos Thiel mit einer klasse Parade. Newcastle verlegte sich auf Konter und machte das richtig gut. Batschua hier mit dem weiten Ball auf Chamberlain, der versucht in die Mitte zu legen, kommt aber nicht ganz ran. Nochmal Sissoko, aber dessen Versuch dann abgeblockt und nicht mehr weiter gefährlich. Von United kam Offensiv nach dem Schuss von Marta erstmal nicht mehr viel. 40. Minute dann mal wieder ein Angriff über Morgan Schneider. Der auf Wayne Drury, der sich der klasse durchsetzt, der Schussversuch aus der Distanz. Hätte da vielleicht noch ein paar Schritte gehen können, den Platz hat er auf jeden Fall. Aber so verzieht er da doch relativ eindeutig. Ging weiter mit dem anschließenden Eckball, der in die Mitte geschlagen, aber geklärt von Newcastle. Batschua hier dann aber mit dem dummen Ballverlust in der eigenen Hälfte noch. Fedaini mit dem Doppelpass mit Rooney und dann wieder die Parade von Benoit Costil, der das bis zu diesem Zeitpunkt einfach nur sehr stark machte hinten drin. Konter über Newcastle, das ist Ayose Perez gerade Vorlagengeber auf Henri Saive. Genauso wie das letztes Mal. Diesmal ein bisschen zu weit für den Volleyversuch, aber der Senegalese zieht trotzdem in die Mitte, macht das klasse. Die Flanke auf Chamberlain, der Flughoffball geht am Kasten vorbei. Trotzdem wieder ein klasse vorgetragener Konter und in der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter. United spielte nach vorne, Newcastle hat über Konter die Chancen. Batschua hier mit der flachen Flanke in die Mitte. Hinten steht Jonjo Shelby, zieht nochmal zurück, passt dann auf Henri Saive und er versucht es wohl den Doppelpack. Aber Romero ist diesmal auf den Posten und hält diesen Ball. Anschließend der Ecke Sissoko in die Mitte. Kopfball und ganz, ganz knapp vorbei. Das wäre wieder ein Tor gewesen. Chance Limbemba, der Kongolese war es in der Situation. Newcastle wechselte dann dreimal. Chamberlain, Saive und Sissoko ging raus. Der Held also stand nicht mehr auf dem Platz. Dafür kamen unter anderem Pocconioli und Pogba in die Partie. Und es kam auch Neymar auf der anderen Seite. Und der fügte sich mit diesem Foul ein. Nach knapp 70 Minuten ganz böse von hinten in die Beine von Ayose Perez. Normalerweise müsste das sogar Rotgefährdung sein beim Brasilianen. Allerdings kriegt er hier nur die gelbe Karte. Glück im Unglück für Manchester United. Der Freischuss in die Mitte war von Perez. Da steht Pocconioli. Aber der Kopfball ein bisschen ungefährlich und ein bisschen weit am Tor vorbei. Es passierte trotzdem nicht mehr viel auf Seiten von Manchester. Eigentlich spielte nur noch Newcastle. Das ist Haidara eingewechselt mit der Flanke. Aber auch das war nicht so ganz stark. Und da ist Sergio Romero dann letztendlich da. Lingard nochmal mit der letzten Gelegenheit. Auf Marta und wieder eine klasse Parade von Costil. Das war in der 81. Minute die letzte Szene von United in der Offensive. Sie war gefährlich, aber sie brachte im Endeffekt nichts. Denn Newcastle jetzt eines Tor durch Henri Saive reichte, um Manchester zu stürzen. Vier Punkte Vorsprung jetzt. Auf die Männer aus dem Westen aus England, die Männer aus dem Nordosten, die Magpies, die mitgereisten Toons. Die waren mehr als zufrieden. Das war eine klasse Leistung ihrer Mannschaft. Defensiv standen sie solide und offensiv waren die Konter brandgefährlich. Und das war im Endeffekt der Grund, warum man die Red Devils hier schlagen konnte. Im Endeffekt auf jeden Fall eine sehr, sehr schön anzusehende Partie beider Mannschaften. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Neymar fügte sich in der Premier League mit einem unschönen Foul ein, mit einer unschönen Szene. Er ist noch nicht ganz angekommen in England. Mal sehen wir es in den nächsten Wochen weiter. Da geht es zunächst einmal an Newcastle. Dank dem 1 zu 0, vier Punkte Vorsprung. Ja, das war doch eine sehr schöne Partie, würde ich sagen. 1 zu 0 und sehr, sehr viele Chancen auf unserer Seite. Wir haben defensiv absolut nichts zugelassen. Ich meine, gut, die letzte Chance von Marta war nochmal knapp. Die erste Chance, dieser Schuss, den Kostil der Klasse gehalten hat, war auch ein bisschen eng. Aber an sich war das trotzdem sonst in meinen Augen eine sehr, sehr schöne Partie, die gezeigt hat, wie stark wir momentan sind und dass wir auch mit den Top-Teams absolut mithalten können. Mal sehen, wie es gleich gegen Stoke laufen wird. Auch Stoke ist nicht so schlecht in der Tabelle und hat auch nicht so einen schlechten Kader. Wenn man sich das mal anguckt, in der Premier League gegen wen die die Saison alles in Realität schon gewonnen haben. Das ist schon gar nicht so schlecht. Vorne mit Shaqiri und mit Bojan und von mir aus auch noch mit Juf. Ja, Kostilu nicht ganz unbedingt. Aber Nautovic dafür oder auch beispielsweise ein Peter... Kannst du Peter Walters, heißt der? Nee, da ist John Walters, glaube ich, ne? Auf jeden Fall Walters oder auch ein Peter Crouch, der immer noch mit seiner Größe überzeugen kann. Allgemein ist Stoke ja ein unglaublich großes Team. Das ist schon alles gar nicht mal so schlecht. Und wir müssen dementsprechend gleich aufpassen, dass wir nicht gegen die irgendwelche Fehler machen und dann im Idealfall, beziehungsweise im Idealfall für Stoke halt untergehen. Müssen wir mal schauen, wie wir das bewerkstelligen können. Die Scout-Berichte, beziehungsweise die gescouteten Spieler, sind nicht so interessant. Allgemein können wir ja momentan sowieso nichts machen. Wir sind im November, das heißt, wir sind nah dran an der Transferperiode. Es dauert keine zwei Monate mehr. Aber trotzdem brauchen wir momentan eigentlich nichts, denn unser Kader steht sehr, sehr gut. Und man kann sich absolut nicht darüber beschweren. Über die Trainingsergebnisse dann schon eher 2xD, 1xF, 2xC. Das geht auf jeden Fall besser, vielleicht in der nächsten Woche. Wir haben natürlich da ein bisschen Zeit und ein bisschen Platz und ein bisschen Raum. Denn wir brauchen nicht unbedingt die besten Trainingsergebnisse, wenn dann die Leistungen auf dem Platz stimmen. Und das ist ja zumindest momentan der Fall. Ansonsten aus Frankreich ist auch nicht so viel Interessantes dabei. Wir gucken uns Thomas Eisfeld gar nicht als an. Den Spieler von Bochum, der ja zu Arsenal, glaube ich, zurückgekehrt ist hier im Karrieremodus auch. Ich weiß gar nicht, ob er noch ausgeliehen und mittlerweile gekauft ist. Wir scouten ein paar Spieler aus Italien, die interessant aussehen. Beispielsweise Gaston Brugmann, der ja gegritscht ist. Aber an sich geht das auf jeden Fall besser und interessanter. Für uns ist momentan sowieso eigentlich nichts nötig. Unser Kader ist wunderbar gefüllt. Wir haben klasse Spieler. Die einzige Position, wo wir vielleicht ein bisschen Nachholbedarf haben, ist die rechte Außenverteidigerposition, denn da haben wir nicht so wirklich was außer halt Kurt Zuma. Und der ist normalerweise in der Mitte gesetzt. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Was meint ihr, wo brauchen wir Verstärkung? Welche Spieler sollen wir holen? Würde mich interessieren. Wir gehen in die nächste Partie gegen Stoke. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Newcastle empfing Stoke City im St. James' Park zum nächsten Kracher in der Premier League. Newcastle zuletzt erfolgreich am Old Trafford, im Old Trafford gegen Manchester United. Jetzt vier Punkte Vorsprung auf die Red Devils. Und den wollten sie heute mit einem Sieg gegen die Potters ausbauen. Die mitgereisten Fans, der in Rot-Weiß gekleideten Männer von Stoke City, waren aber natürlich zuversichtlich, dass es klappen sollte. 15 Punkte Rückstand momentan auf Newcastle, die da ganz oben thronten in der Premier League. Aber trotzdem malte man sich seine Chancen aus. Denn Stoke kommt über den Kampfgeist, kommt über die Größe. Und das ist bei Newcastle so eine Sache. Denn das haben sie nicht unbedingt. Mit Spielern wie beispielsweise Haidar oder Ballerin, die doch recht klein sind und eventuell Probleme bekommen können. Aber sie haben halt die beste Defensive der Liga. Sogar noch vor Manchester United, die momentan acht Gegentore haben. Und mit sechs Gegentoren ist das schon sehr stark aus den vergangenen zwölf Spielen. Mal sehen, wie es heute laufen sollte. Bei Newcastle spielte so ziemlich die beste Elf und stand auf dem Rasen. Im Torko-Stil davor. Ballerin, Zuma, Mbemba und Haidara. Weynaldum, Sissoko und Ayose Perez. Weynaldum zurückgekehrt nach seiner Verletzung. Und vorne hockt der Chamberlain, Bud Schuayi. Und okay, da nicht der optimale Spieler Matthew Leckie auf der linken Außenbahn. Er spielte heute von Anfang an und sollte natürlich für ordentlich Beef sorgen. Genauso wie letzte Woche Henri Saive gegen Manchester United. Auf der anderen Seite Bud Lenders Nachwuchsteilend im Tor. Wilkinson, Cameron Shawcross und Peters, alle riesig in der Verteidigung. Alle über 1,90. Sidwell Whelan mit Walters im Mittelfeld und Anatovic auf der linken Bahn. Und vorne drin Mambi Ramjouf. Und weiter der Neuzugang aus Brasilien, der bisher noch nicht ganz angekommen ist in der Premier League. Aber heute natürlich wieder einen Versuch von Anfang an bekam, um sich zu beweisen. Um sich langsam einzufinden in dieser besten und interessantesten Liga der Welt. Denn es wird spannend bleiben. Da können wir uns relativ sicher sein. Newcastle hatte dann den Anschluss der Partie. Und wir springen einfach mal rein in die erste Szene dieser Partie. Und die gab es auf Seiten von Newcastle in der Offensive. Das ist Ayose Perez. Der spielt raus auf Matthew Leckie, gerade angesprochen. Der sollte wirbeln. Genauso wie Saive gegen United. Die Flanke kommt in die Mitte. Sissoko ist da. Da ist Perez. Der nimmt den Ball voll. Er macht das 1 zu 0. 10 Minuten drin. Und direkt wieder die frühe Führung für Newcastle United. Wunderschönes Tor des Spaniers. Klasse gemacht von Leckie. Und dann ist es Sissoko, der den Ball irgendwie unfreiwillig ablegt. Klasse Annahme von Perez. Und dann reingehauen. Butland chancenlos. 1 zu 0. Für Newcastle. Genauso wie gegen United, wo man nach 10 Minuten führte. Und sie machten weiter. Versuchten es direkt wieder. Yossi Perez mit dem abgefälschten Schuss. Aber kein Problem da im Kasten für Jack Butland. Aber Stoke war nervös. Und das sah man in der Situation. Fehlpass in der Defensive. Butchua Yi mit der nächsten Chance. Aber direkt in die Arme von Butland. Der diesen Ball da locker halten kann. Da war ein bisschen zu wenig Druck hinter. Auf der anderen Seite gab es mehr Druck. Das ist Walter. Der Brasilianer gerade angesprochen. Er sollte sich beweisen. Spielt zurück auf Anatovic. Doppelpass mit dem Brasilianer. Der Schuss ungefährlich. Aber Kostil macht das Ganze nochmal heiß. Er kann ihn nämlich nicht kontrollieren. Trotzdem stand dann im Endeffekt Juf im Abseits. Dementsprechend keine weitere Gefahr. Auf der anderen Seite war es deutlich gefährlicher. Butchua Yi hier setzt sich klasse durch gegen die Defensive. Seinen Schuss aber auch wieder locker gefangen. Von Butland. Wir springen in die zweite Halbzeit. Sissoko Doppelpass mit der Yossi Perez. Der mit der Flanke leckige Star. Und da steht Butchua Yi und versucht es. Aber aus Spitzenwinkel kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Newcastle hatte die besseren Chancen. Allerdings spielte auch Stoke gut nach vorne. Ayose Perez bis zu dem Zeitpunkt Matchmener ging dann raus. Cy V. Townsend und Biggie Remainer kamen für ihn. Matthew Leckie und Alex Oxlade-Chamberlain. Das heißt mehr oder weniger neue Offensive abgesehen von Michi Butchua Yi. Auf der anderen Seite ging Jonathan Walters runter. Und es wechselte also auch nochmal Stoke. Und die kamen jetzt tatsächlich nochmal nach vorne. Glenn Johnson auf Steve Sidwell. Der auf Walter. Wie gesagt, der Brasilianer versuchte einiges. Hier wird er aber abgeblott. Cameron kommt nochmal dazwischen. Und es gibt im Endeffekt einen Freistoß für Newcastle. Aber Stoke gab sich nicht auf. Wieder Geoff Cameron mittlerweile aufgerückt. Anautovic. Und das ist dann 1 zu 1. Plötzlich war Stoke wieder da. Bis zu dem Zeitpunkt mit ganz, ganz wenigen Chancen. Sie kamen nicht zu Abschlüssen. Und hier kommen sie einmal dazu. Und dann ist es Marco Anautovic mit einem klasses Schuss durch die Beine von Chancellor Mbemba. Kostil ist chancelos. 1 zu 1. Die mitgereisten Fans erporten das natürlich jetzt oben auf. Und die feierten sich richtig für diesen Ausgleichstreffer gegen den Tabellenführer. War es tatsächlich möglich, den Punkt zu holen. Wir sehen es. Sie sind am Feiern. Aber es gab ja diesen Eckball. Gerade rausgeholt durch den eingewechselten Bigeri Mana. Das ist eine Angelegenheit für Musa Sissoko. Und der flankt den in die Mitte. Und da steht der eingewechselte Townsend. 2 zu 1. 86. Minute. Die direkte Antwort von Newcastle United. Und der erneute Führungstreffer für die McPies. Jetzt war die Toon Army wieder oben auf. Denn das war klasse gemacht. Sissoko mit der Ecke. Und Townsend. Eigentlich kein Kopfballspieler. Nicht gerade seine Spezialität. Aber er lupft den Ball mehr oder weniger in die lange Ecke. Da ist Budland chancenlos. Den darf man nicht so frei zum Kopfball kommen lassen. Er steht 2 zu 1. Stoke versuchte aber trotzdem wieder nochmal zurückzukommen. Das ist die Flanke in die Mitte. Wollscheid legt nochmal ab. Und schuf mit der Riesenchance. Aus 8 Metern. Spitzer Winkel. Aber der Senegalese haut den vollkommen rüber. Und das war dann die letzte Aktion. Die letzte Chance. Newcastle gewinnt also. Nach dem Sieg gegen Manchester. Auch zu Hause gegen Stoke. Es war mühsamer als der Sieg gegen United. Wo er quasi nicht zugelassen wurde. Und wo Newcastle über viele Kontersituationen nach vorne kam. Hier mussten sie das Spiel machen. Und wurden selbst bei Führung eher noch von Stoke ausgehörtert. Als dass sie selber über ihre größte, eventuell größte Stärke kommen konnten. Trotzdem reichten im Endeffekt die Tore von Ayose Perez und von Andrew Townsend. Und Newcastle bleibt Tabellenführer mit dem 2 zu 1 gegen Stoke. Ganz starke Leistung in meinen Augen. Natürlich unnötig, dass wir das Tor von Anatovic kassieren. Aber ansonsten war das sehr, sehr gut. Natürlich hat Bacuayi wieder nicht getroffen. Das ist ein bisschen schade. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es momentan ein bisschen besser läuft. Für den Kollegen Ayose Perez, der irgendwie trifft, wie er will. Kein herziges Wiedersehen für Cabella. Der ist übrigens auf der Bank bei Stoke. Hat aber nicht wirklich auffällig gespielt. Gerade in der Schlussphase wurde er, glaube ich, eingewechselt. Aber das war jetzt nicht irgendwie, dass man sagen müsste. Oh, Cabella, das war ein Fehler, das man abgegeben hat. Allgemein war das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Denn wir haben eigentlich ganz gute Verpflichtungen gemacht. Eine Verpflichtung, die mich auf jeden Fall interessiert, wäre die von Romelu Lukaku. Ihr könnt mir meine Kommentare schreiben. Meint ihr, wir brauchen einen besseren Stürmer als Bacuayi? Meint ihr, wir wollen einen richtigen Topstar holen, wie letztes Mal Ibrahimovic? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. Wir hatten ja allgemein richtig kranke Spieler. Vor allem alle Ablöse frei geholt. Ich glaube, Marco Reus haben wir auch Ablöse frei geholt. Da haben wir auf jeden Fall einige heftige dabei. Bin gespannt, was ihr dieses Mal davon halten würdet. Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns, würde ich dann einfach sagen, beim nächsten Mal wieder. Und dann gegen Hoffenheim unter anderem in der Euroleague. Und das könnte spannend werden, denn momentan sind wir Erster. Aber Hoffenheim ist Zweiter, haben gleich viele Punkte. Dementsprechend wird das das Top-Duell in unserer Gruppe, die noch mit Panathinaikos und Dandok aufgefüllt ist. Aber wir müssen gewinnen, denn wir wollen Platz 1 haben. Und das machen wir nächste Episode. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Und schau. Und schau. Vielen Dank.